Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem zwölften gemeinsamen Social Media A-Termin. Heute am Programm einerseits die organisatorischen Details zum ersten Prüfungstermin bzw. auch zu den weiteren Prüfungsterminen und unser Thema für heute Ideen verbreiten. Seth Godin, einer der populärsten amerikanischen Marketingberater, hält regelmäßig Vorträge auf Fachkonferenzen über Social Media, auch über Marketing allgemein, hat vor 13 Jahren auf einer TED-Konferenz einen Vortrag mit dem Titel How to get your ideas to spread gehalten. Den werden wir uns heute in der Vorlesung auch gemeinsam anschauen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsvorträge, denn der fasst sehr gut zusammen, worum es bei Social Media im Kern eigentlich geht. Man könnte, wenn man sich in den technischen Details verliert, relativ schnell, oder viele tun das ja auch auf die Idee kommen, wenn ich meine Videos möglichst qualitativ hochwertig produziere, wenn ich meine Fotos richtig bearbeite und richtig bereitstelle, dann funktioniert das Ganze auch. Im Kern geht es aber immer darum, dass Social Media ein Tool ist oder ein weiteres Tool, um Ideen zu verbreiten. Und gute Ideen, die auf Resonanz stoßen, die funktionieren. Der grundlegende Wandel, und ich glaube, das ist im Lauf dieser Vorlesung bereits einige Male herausgekommen, der in unserer Gesellschaft basiert und der durch Social Media auch zusätzlich befeuert wird, ist, dass sich die Kommunikationswege sehr viel feiner verästeln. Wir hatten vor den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten weitgehend die klassischen Massenmedien, die One-to-Many-Kommunikation, wie Sie es kennen, aus den unterschiedlichen Modellen. Daneben gab es verschiedene Formen der Individualkommunikation, Brief, Telegraf, Telefon und so weiter. Mit E-Mail begannen sich die Grenzen dann ein wenig aufzulösen. Denken Sie an das CC oder PCC-Feld und im Social Media Bereich ist es dann überhaupt so, dass diese Grenzen zwischen der individuellen und der Massenkommunikation sehr, sehr stark verschwimmen. Wir bewegen uns heute innerhalb eines Kommunikationssystems, in dem die großen professionellen Anbieter, die Massenmedien oder die ehemaligen Massenmedien, wenn Sie so wollen, im Wesentlichen dieselbe Infrastruktur benutzen. CNN posten Videos auf YouTube genauso wie die 15-jährige Influencerin, ihre Make-up-Tutorials. Wer entscheidet, wer die Millionen Zuseher hat? Wer entscheidet, wer die vielen News bekommt? Es gab mal einen sehr spannenden Punkt in der jüngeren Geschichte des Internet, der auch viel diskutiert wurde. Ich bin nun wirklich nicht der Mode-Experte und auch nicht gut mit Namen. Es gibt diese bekannte Vogue-Herausgeberin, da gab es auch mal einen Kinofilm drüber. Gerne Hilfe mit Namen im Chat, der Teufel trägt Prada. Danke, danke Anna Winktur, der Name ist mir nicht eingefallen. Und natürlich als Vogue-Herausgeberin wird man zu großen Modeschauen eingeladen. Ich bin jetzt schon mal eingeladen, dass ich... Ich bin jetzt schon mal eingeladen.